Ja, und ich meine, abschließend ist nochmal herauszuheben, das ist halt Aufgabe auch der Führungskräfte, das im Auge zu haben und zu evaluieren. Also, weil wir jetzt evaluieren in der zweiten Hälfte oft gesagt haben, es ist meistens die Führungskraft, die die Besprechungen einberuft, ergo, ich würde stark dafür plädieren, dass die Führungskraft die Verantwortung hat, diesen Sinn der Besprechungen sozusagen sich selbst auch quasi argumentieren zu können. Weil es geht ja nicht nur darum, dem Team das erklären zu können, wieso wir dreimal die Woche für zwei Stunden irgendwie uns treffen, sondern auch, wie wir es ja gesagt haben, für die Führungskraft selbst muss ich evaluieren, was sind denn Quartalsziele, wie arbeitet mein Team, wie arbeitet meine Abteilung und dann muss ich überlegen und evaluieren, was haben wir bisher gemacht, wie sieht der Kalender aus und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eins der wenigen Dinge, die bei der Planungsgeschichte zu 100% in Verantwortung der Führungskräfte sind. Was dann bei der Teilnahme ist, da kann man natürlich sagen, die Menschen, die dann bei dem Meeting sind, wenn das Meeting so kommuniziert ist, wie es sein soll, dann hast du auch die Verantwortung, dort richtig mitzuarbeiten sozusagen, wieder das Extreme Ownership. Aber in erster Instanz, dass die Meetings überhaupt stattfinden müssen, unter Anführungsstrichen, ist eine Führungskraft Aufgabe, das heißt, dort muss auch evaluiert werden, ob das Sinn macht.